Was geht ab, meine lieben Freunde, Damen und Herren und liebe Hortler, willkommen zu einer weiteren Folge, ja, Warlords of Draenor, wir leavenen den ganzen Scheiß hier bis 100 Stellung halten, hier haben wir schon einen schönen Blady reingeballert, oh, ich glaube, hier leckt's nicht. What the fuck, Jimmy? Hier leckt's nicht. Hier leckt's nicht. Hier leckt's nicht. Sag dir schon, sorry. Ein Briefkasten. Oh, shit, man. Ey. So, warte mal, wir brauchen mal irgendwie jetzt... ...ir brauchen mal ne Gruppe oder so. Äh, ach, da ist einladen, okay. So, ich kann das auch alleine ohne euch, ich brauche jetzt hier keine ZZ-Hilfe, natürlich einfach nur angenehmer, weil's einfach noch fucking schneller geht. Aber wenn ich nicht wollte, dann eben nicht. So, ich kann das nicht. Darf ich dich einladen? Okay, hier macht wohl jeder Solo. Ist in Ordnung. Muss auch sagen, dass es hier aber auch nicht ganz so schlimm ist. Naja, es geht. Es geht. Es ist schon ganz gut abgefarmt. Auuuu. Geil, Mann. Könnte ich hier? Würde ich mal ganz gerne reinfahren. Habe jetzt auch getan, aber ich glaube, ich krieg keinen einzigen Kill hier, oder? Und ich ziehe dann noch einen dicken CD in meinem DateStorm. Mensch, Mensch, Mensch. Wird man sich doch gleich instant verarscht. So, da haben wir noch einfacher so ein Jimmy befreit. Ach, so ein Jimmy. So ein Jimmy, so heiße ich ja selber. Ich bin doch selber so ein Jimmy. Hm, was brauchen wir noch? Hm. Erste Quest können wir theoretisch schon abgehen. Stärkung nach Osten. Wir geben einander Kraft. Oh, ja. Ich bin für euch da. Lauft mit dem Rudel. Das ist doch super. Ich nehme nochmal kurz betteln. So, einen noch. Dann werden uns die Offiziere wahrscheinlich angezeigt. Irgendeiner an mir davon? Nein, natürlich nicht. Okay. Ich muss nicht. Wo sind wir eigentlich hier gelandet, ey? Okay, das war eben jetzt so eine kleine Gasse. Sehr interessant. Grüße, Kommandant. Grüße, Peter. Noch Infight. Hoffentlich wird es gleich besser. Gern mounten. Jo, danke. So, checken wir mal hinten. Ach, du Scheiße. Ich bin wieder in diesem... Ach, du Scheiße. Ich bin wieder in diesem Kreis drin. Grüße, Peter. Ja, die Lags haben aufgehört. Das freut mich. Vielleicht ist das irgendwie ein Gebiet gebunden. Wie viele wir schon hier sind? Oh, yeah. Wollen wir ihn hier töten? Ja, dich wollen wir töten. Dich wollen wir töten. Könnt ihr mir helfen, Freunde? Hordler? Wie willst? Einmal bitte alle drauf da. Danke. Den blinden Schamanen? Wer ist denn hier der blinde Schamane? Wir laufen auf jeden Fall erstmal wieder hier weiter nach oben. It's my birthday. It's my birthday. Ups, ich muss leise sein. Sonst wacht meine Mami auf und dann zieht sie den Stecker. Das wollen wir ja nicht. Wollen wir das etwa? Nein, das wollen wir nicht. So, jetzt können sie ja langsam mal spawnen. Ja, scheiß. HDL und so. Entspannt. Händen wir auch fertig. Sehr schön. Weiter geht's, Freunde. Ihr wisst, weiter geht's. Quest wird abgeben. Bereits zur Abgabe. Bäm, 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 bäm. Was kann ich tun? Seid stark. Okay. Es ist ein guter Tag zum Kennen. Äh, da war gerade eben noch ein Quest. Das ist despawn. Ich hoffe mal, es war exakt derselbe Quest. Äh, habt ihr irgendwie einen Kriegsanführer am Stessel hier? Was hat der gerade benutzt? Keine Ahnung. Wie läuft der Kampf? Ja, läuft, ne? Warte mal ganz kurz. What the fuck, man? Achso, okay, der spawnt hier. Alles klar, da bin ich ja beruhigt. Sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall, der Junge. Weiter so mal. Weiter so. Tach. Taffe Kränzen hier, oder wat? Äh, ja, ne kleine Energy-Pause. Nehme weg meinen Bladestorm rein. Jo. Donnerfurt. Ich habe bereit. Donnerfurt. Äh, warte mal. Jo, wir sind bereit, würde ich sagen. Wir kommen wieder, Frostwölfe. Wir kommen wieder, Frostwölfe. It's my birthday. Hey, it's my birthday. Da, da, da. Wow, what the fuck, man? Was ist das? Sieht nicht gut aus. Nein. Wut. Ah, gefurzt. Diese eiserne Flut stürzt über uns herein, weil Durotan startet. Die Elemente haben eins, zwei, drei. Sie haben zu mir gesprochen. Jetzt höre ich nur noch flüstern. Ist das unser Schicksal oder eine Warnung? Fliegt zur Speerspießer-Festung zurück. Okay. Okay, okay, man. Dann würden wir aber ganz schnell aufmachen. Nimm, 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 nimm. Oh, shit. Da haben wir jetzt auch eine Quest bekommen. Die müssen wir leider machen. Müssen wir leider jede Quest hier erledigen. Ich will gar nicht wissen, was wir hier zu tun haben. Mein Lieber. Findet, findet. Orak, ich dachte, findet Ork steht da. Ne, Orak, den guten, den sollen wir nochmal kurz finden. Ja, dann machen wir es noch, oder? Joa. Was natürlich nicht wieder, wie kommen wir zu diesem Orak hin? Das sieht hier doch nach dem Ausgang aus, oder? Joa. Okay. Ich habe das Gefühl, dass da unten noch eine kleine Quest-Base kommt. Mal schauen. So vielleicht zwei, drei Quests, irgendwas Kleines. Am Wasser vielleicht so, nicht so Modox töten, irgendwas Witziges. Und eine andere Quest, die ist das, Ananas. Irgendwas so in the direction. Bin gespannt. 91 wäre mit, naja, noch nicht so viel XP. Okay, wobei auch S2 ist, ist noch nicht so viele, noch ein neues Level. Sers. Hilfe. Okay, war es das? Alles klar. Gut, gut. Das hätten wir, das war jetzt nicht so schwer, bereit zur Abgabe. Hilfe einmal. Wenn ich das, ja. Die alle hier mal diese Scheiße posten, Mann. Diese Scheiße. Alle keine Ahnung hier vom Spiel. Das ist ein Stisse-Master. Jeder will heute hier ein bisschen am Stisse sein, aber... Ist nicht. Wer A sagt, muss auch B sagen, ne? Wer Hüla Hopps sagen will, muss auch reiten. Muss auch Hopp Hopper, Reiter machen, ne? Wisst ihr Bescheid. Gut. Ähm, fliegt zur... Okay, jetzt wird sogar wieder hier zurückgeflogen. Mensch, wir haben echt einen Service hier. Ich würde jetzt sagen, jetzt links und... Hopp. Arbeitstrupps bereit. Äh, ja. Los geht's, Freunde. Ich bin mal gespannt, ob es da gleich... Oh, shit. Da war eine Quest. Da war eine Quest. Weiß jetzt gar nicht... Oh, jetzt habe ich schlechtes Gewisschen, Freunde. War jetzt so konzentriert aufs Zurückfliegen. Dann müssen wir gleich nochmal wieder zurück. Ja, Musik ist vorbei. It's my birthday. Ja, warte mal. Wie machen wir das jetzt? Okay, wir checken kurz die Quest, würde ich sagen. Oder wir würden jetzt direkt schon wieder zurückfliegen. Dann wüssten wir, dass wir auf jeden Fall nichts verpassen. Oh, dieser Backport immer. Ja, hier scheint es echt mehr zu legen. Krass. Krasse Scheiße auf jeden Fall. Wow, was für eine dicke Q. Ja, typisch, typisch, typisch. Mann, hier ist auch noch eine Quest zur Verfügung. Oh, hier sind überall Quest, okay. Oh, eine dreimal Q. What the fuck? Ja, ich bin in die Luft gesprungen. Ich bin auf dieselbe Stelle gesarged, weil es laggt hier. Krass. Immer richtig was hier zu tun, auf jeden Fall. Also, wir könnten erstmal diese Quest machen, aber bevor wir... Ach du Scheiße, ich bin schon hier zu weit gelaufen. Bevor wir diese Quest machen, machen wir erst noch diese Quest hier. Ihr seht ja schon an den dicken Eiern hier. Hier müsste der Flugmeister sein. Hallo, Flugmeister, hallo. Grüße, Kommandant. Jo, ein Gold 10, das haben wir. Gruppe für unvollendete Taten offen. Lol, Frostwolf. What the fuck? Das haben wir schon längst gelootet. Da braucht man keine Gruppe für. So, helfe mal. Lauf nochmal die Rampe zurück. Dann müsste es gehen. Was braucht ihr? Ich fühle mich so cool, wenn ich so sozial bin, irgendwie. Ich fühle mich so bestätigt irgendwo. Ja, der VR schreibt nicht, danke. Oder auf Ignor-Liste. Probiert es erstmal aus. Das ist ja richtig der undankbare. Hurenso... Hurentoch... Nein, nein, nein. Das geht doch auch nicht. Jungs, ihr hängt ja sowas von noch... Ihr seid ja sowas von behind. Den kann ich nicht als Target bekommen. So, mit wem sollen wir hier sprechen? Das verschwundene Rudel. Wer chillt denn hier hinten? Ach du Scheiße. Zitterfell, mein guter. Sucht nach Zitterfells Eltern. Lass mich raten, ich gehe einfach mal in die Höhle rein. Eigentlich wären hier mega viele Mobs. Oh shit. Fadi chillt hier ein bisschen. Der Penn, der ist nicht tot. Nee, der schläft nur. Und... Hier... Die Mutter. Entschuldigung. Ich würde ganz gern mit der Mutter reden. Das hat nichts mit dem Zauber zu tun. Soll ich hier... Ah, ich glaube hier muss ich hier wieder. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Vollidiot. Ja, was denn für ein Zauber, Mann? Sagen Sie, diese Quest ist hier ein bisschen buggy oder was? Ich weiß nicht, ob der Zauber ist noch nicht bereit. Vielleicht muss man... Ah, ich glaube das hat was mit dem Peiniger zu tun. Ah, shit. Ich hätte ihn gerade eben... Man muss eigentlich... Ah, ich hätte Bladesum anmachen sollen. Okay, wir müssen erst den Peiniger fucken. Dann können wir mit der Mutter quatschen. Dann haben wir die Mutter sozusagen vom Peiniger befreit. Ja, perfekt. Okay. Okidoki. Ich bin immer so schlau. Vielleicht bin ich sogar zu schlau für dieses Spiel. Du wirst nie wissen. So, Freunde. Was haben wir jetzt hier für eine Quest noch? Ich finde das so geil mit ihren Ogern, dass sie da andauernd Gruppen für aufgebaut haben. Ich glaube, da hatte ich auch ein bisschen ins Leben gerufen, dass ich da als erstes Mal Leute eingeladen habe. Seitdem machen die es ja alle jetzt. Oh, shit. Sollen wir hier machen? Da haben Quatsch der Zerstörer gerettet. Okay, du chillst hier bestimmt in irgendeinem Tower drin. Wir stürmen ihn kurz. Töten hier fünf Wachen für dich. Und die Quest ist fertig, richtig? Nister Tower, muss ich sagen. Sieht derbe nice aus. Derbe sexy. Äh, ach, hier. Okay, gut. Müssen wir kurz warten. Boah, 19 Leute. Ich finde, es ist immer noch nicht so viele Leute. Oh, Danny. Danny ist so schnell. Das ist hier der gute Danny. Er ist einer der 19 schnellsten auf dem Server. Das ist ganz schön krass. Entschuldigung. Das ist ganz schön sick. Das ist ziemlich sicky, ist das. Äh. Oh, was? Oh, ganz schön, ganz schön rostig, habe ich das Gefühl. Das Ding auf jeden Fall kann es mal ja respawnen. Wir sind auch schon wieder in den Gang. Gleich große Gruppe. Der hat mir echt hart gelitten. Was habt ihr denn alle hart gelitten, Mann? Schnell noch Damage drauf bekommen, bevor er komplett tot ist. So. Seit Gott nehme ich mir mal. Hm. Und wir laufen wieder zurück nach Huse. So, bin hier mal gespannt. Also, wir haben jetzt hier das nächste Lager oder halt, äh, die Umgebung, wo wir noch so ein paar Quests erledigen könnten. Ich weiß nicht, was das hier so sucht. Gar in der Nähe. Okay. 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 Hm. Die Quest geben wir auf jeden Fall wieder hier beim Häuptling ab. So, das geben wir ab. Dann würde ich auch einmal ganz gerne hier alles verkaufen. Dann würde ich gerne noch ein kleines Foto machen. Foto. Sehr schön. Okay. Ähm. Okay. Ja. Perfekt. Das habe ich mir schon wieder fast wieder gedacht. Das würde, ja, hier am Tower, das ist einfach mega buggy, die ganze Base. So. Ja, Freunde. Ich würde sagen, dann machen wir wieder an dieser Stelle einen Cut. Wir haben jetzt hier Wargold komplett durchgequestet. Jetzt werden wir die, äh, ja, die Umgebung unsicher machen. Ich bedanke mich erstmal hier wieder fürs Zuschauen. Gebt der ganze Scheiße einen Daumen hoch. Ansonsten verabschiede ich mich, liebe Hortler, liebe Ewels, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.